Florian Silbereisen äußert sich selten über sein Privatleben. Diesmal spricht er überraschend offen über seine Trennung. Florian Silbereisen, 42, wird nach seiner Trennung von Helene Fischer, 39, immer wieder mit neuen Liebesgerüchten konfrontiert. Ob es sich um Newcomerin Anna Emakova, 24, oder Beatrice Egli, 35, handelt, die Spekulationen reißen nicht ab. Trotz dieser Gerüchte hoffen viele Fans auf eine Rückkehr des einst als Traumpaar gefeierten Paares, das zehn Jahre lang die Bühne der Schlagermusik prägte. Doch es gibt auch eine weitere Frau, über die Silbereisen gerne spricht. Vor seiner Beziehung mit Helene hatte Florian eine Partnerin, die der Sängerin nicht unähnlich war. Ich wusste sofort, dass es gefunkt hat. Michaela hat so eine positive Ausstrahlung. Sie ist so lieb, schwärmte Flory in einem neue Post-Interview. Auch Michaela, die einst an seiner Seite war, brachte eine Verbindung zur Schlagerwelt mit. Ihr Schwager ist die Schlagerikone Andy Borg, 63. Es hätte die Schlagertraumfamilie werden können, aber es sollte nicht sein. Im Jahr 2006 trennten sie sich. Nach der Trennung äußerte sich Silbereisen gegenüber Bill zu den Gründen, wir haben uns immer noch lieb, aber wir konnten es einfach nicht mehr ertragen, wie ein Ehepaar zusammenzuleben, auch wenn die heile Volksmusikszene das gern gesehen hätte. Michaela schien der öffentliche Rummel um Silbereisen zu viel geworden zu sein. 2014 fand sie ihre neue Liebe in Markus und ging einen neuen Lebensweg. Silbereisen gilt offiziell immer noch als Single. Der Sieb Daniel Sieb Wenn die Öffene Die Öffene Sieb Sieb